Herzlich Willkommen zurück liebe Leute zu Let's Play Yossi's Crafted World. Wir machen heute weiter im los los Yossi. Ja es ist schön dass ihr wieder dabei seid liebe Leute hier zum neuen Part von Yossi's Crafted World. So hier sind wir in einem schönen Auto mit dem Weinhardt. Los los lasst sie mit. Hau mit los los sie so richtig rein. Da kann man Wut auslassen oder wie. Ja geil. Ich mach alles kaputt. Das ist nice. Das ist nice wenn man so gut. Ich verladen noch sowas. Wie ist das da? Häuser. Wir machen alles kaputt. Muhahaha. Yay will make all kaputt. Muhahaha. Haha. Yay das macht irgendwie Spaß. Wenn man dauernd einen Knopf drücken muss und dass dann irgendwie Krampf so drin bekommt. Machts Ratzen. Mega viel Spaß. Die beiden haben was da. Dann ist ja wirst. Zahne. Ah mich ist da auch verfehlt. Ja ich nehme da doch nichts mit. Aber das ist kalt zumindest immerhin. Gehst du längst heiße. Äh. Das ist ja krittisch. Ah es geht auch noch weiter. Boah die Garde ist halt die. Bitch hast du das doch geht auf die Dauer. Tier ist auf die Nerven ey. Aber das macht Spaß. Wirklich. Das ist ja mal. Da wäre eine Blume dran gewesen. Fuck. Da wäre eine Blume dran gewesen. Fuck. Ah verstehe. Ja moin. Yay. Schauen wir mal wie gut das war. Das sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Okay gut war es nicht. Das geht besser. Come on. Das machen wir jetzt nochmal. Oder. Weil in sich glaube ich dass wir definitiv besser sein können drin. Komm wir machen wir es nochmal. Diesmal machen wir mehr kaputt. Machen wir mehr Uhr. Unheil. So. Wir machen uns auch zurück. mich da ist einfach mit scheiße da gäbe es eine blume damit wir sind ja auch jemals wird wenn es ist ich glaube ich fast jetzt erst das prinzip hinter ja moin nie bei dem zeitgeist hat man immer noch ein bisschen gut drin da bin ich irgendwie ja gar nicht bin zu spät dann mich das ding hat auch mal wieder verpasst ihr ja moin so geht's wie soll man an diese blume hinkommen wenn man eh nicht betranst es kommt ja der phase nein zurück kommen behindert ja jetzt haben wir auch nicht mehr blumen vermutlich aber mal sehen wie wir jetzt abgeschnitten am blässer mir jetzt besser abgeschnitten jetzt weiß es nicht immer noch nicht besser okay dann tut mir den fingern doch ein bisschen weh dann lassen wir das einfach mal bei der und ziehen friedlich weiter ich bin so kaputt ist hier ein gänseblom ja okay die geben bei dir sonst kommen wir eh nicht weiter also man wie keine wahl ich muss mal dem geben werden die kleines abfall von bis doch und wir haben aber es kommen wir wenigstens durch das ist das wir sind ja so neuen land oder pappkarotten kuppel kuppel dann geht es mal auf in der pappkarotten kuppel mit dem ersten level let's a go minenwagen hölle hölle haupt sache es verlesen wir es erst mal ok hier kann man runter fallen bis an der ersten level wo man wirklich runterfallen kann ui it's getting a little bit complicated ah ich verstehe die muss man hier irgendwie mitnehmen out komm was ja als ob die gaben wir das ist halt null als das ist das prinzip passiert das deck die bomben sind gefährlich also die killen einen wirklich nonstop wenn man da nicht aufpasst was zum glück dass man diesem teil auch um heiße hier gut wie wenigstens war die erste blume eingesammelt wunderbar und aus aus also dass wir die bombe brauchte sowas hat keine ahnung wir müssen aber wirklich nach unten es weitergeht und wunderbar genauso ist es auch langsam im somit bei flecksen wird be very great and helpful Hallo Oh nein Okay, Moment, das braucht man definitiv hier Komm mit, Bro Ah Du verstehst den Kack Ah Sag das doch gleich, dass man die fressen kann Seiße Moment Mist Was hätte ich gewollt? Ja wunderbar Ja moin, auf das muss man erstmal drauf kommen Ich weiß, ich verstecke aber okay Ähm Ich hinterfragt nix So, komm Ah, da hoch, danke dafür So wunderbar Ich hinterfragt nix So Ja, jetzt haben wir wieder Items und alles Wohin Ah, fuck Also ich muss die essen Dann tun die mir auch nix Ich hab keine Ahnung wie lange man die im Mund behalten kann Bis es bisschen Ähm Bombig wird im Mund Sag es mal Scheiße Scheiße, war das knapp gerade, ey No shock So Das ist ja dumm Aber immer wenn die so Bomben sind, weiß man, man braucht die jetzt vermutlich in absehbarer Zeit Oh Ich hab übrigens Ich hab kein Peil, wo es nur für den ist Shit 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 Komm hier, sieh Ich hab ein Millimeter Danke dafür So Also die sind eh Man muss ja immer quasi über Kreuz denken In Anführungszeichen immer die Dinger finden möchte, weil die Teil Ganzen Mad festdeckt sind Halten wir das so fest Okay, jetzt pass mal zum Bombending Was wir auch haben Und dann gehts weiter Ganz so viel Arbeit, aber ey Keine Ahnung, ob es jetzt offensiell weiter geht oder ob es hier irgendein Secret gibt Ja Es ist gut Ja Ich hab dir grad gesagt, dass ich jetzt irgendwo runterfallen weg bin, aber Nächster gleich ist es ein gehabt Wunderbar Läuft So Wir springen jetzt aber mal über alles rüber Merken, dass wir doch diese Doch so einen Bulli hier brauchen Der jetzt hier ein bisschen Bombenstimmung macht Haha Ich weiß Meine Wart wird zwar mal wieder Böschte Yeah, yeah Dann haben wir sogar die letzte eingesammelt Ja wunderbar Habe ich auch zweimal eingesammelt Ich würd sagen läuft Ah, verstehe Jetzt zieh mal den hier an Ich falle erstmal selbst beinahe runter Ich falle erstmal selbst beinahe runter Annehmen Nach dem Motto Nein 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 Okay, wir fliegen Okay, wir fliegen Wie ist denn das hier Wenn der Wagen wegrollt Ich bin noch am Ars Komm, danke Aber wirklich Ich bin noch mal Ich bin noch mal Ich war nicht so normal Hey Ah fuck Sorry dafür Leute Also Ja guuuut Aber hey Last but not least Ach Haben wir das Level ja abgeschlossen Und das ist die Hauptsache. Haben sogar relativ viel München eingesammelt, so denn kann man zufrieden mit sein. So. Yay. Im nächsten Part gehts weiter, die Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen. Machts gut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.